Neugier ist der Motor Neues zu entdecken, der Motor nach vorne zu blicken, der Motor sich anzustrengen, der Motor Innovationen in die Welt zu bringen und damit unser Leben besser zu machen. Darum ist es wichtig, dass es Plätze gibt wie die Leuphana, die systematische Orte des Lernens, Suchens, Entwickelns, Fragens sind. Man könnte es auch so formulieren, Orte an denen begeisterungsfähige Menschen ihre Begabungen einbringen wollen und damit etwas Neues schaffen. Und wenn es mehr Orte dieser Art in Norddeutschland gäbe, wäre auch mehr Dynamik da.